Ich habe mich für eine Ausbildung bei Dillinger entschieden, weil diese ein sehr guter Arbeitgeber ist mit sehr gut ausgestatteten Lehrwerkstätten. Die Ausbildung ist sehr umfangreich, vielseitig und interessant. Mein Lieblingsfach ist Physik, weil ich hier die Theorie in die Praxis umsetzen kann. Besonders gut gefällt mir an der Berufsauswahl, dass man häufig Eigeninitiative ergreifen muss, um Werkstücke nach Auftrag fertigen zu können. Ich bekomme hier eine erstklassige Ausbildung und eine Übernahmsgarantie nach meiner Ausbildung. Das Arbeitsklima bei der Saarsteller AG ist sehr freundlich und familiär gehalten, wodurch man viele Freunde kennenlernt, auch im privaten Bereich und mit denen man Spaß hat auf der Arbeit.